So, wir haben jetzt viel diskutiert über das große Thema Digitalisierung und wie die Hochschulen digitaler werden, als sie sind. Ich habe dann in der Vorbereitung der Veranstaltung so ein bisschen Recherche gemacht und bin unter anderem auf einen Artikel erschienen, der vor ein paar Tagen bei Zeit Online erschienen ist. Geschrieben von einem finnischen Studenten, dessen Name ich jetzt vermutlich falsch ausspreche, Juhuso Nisula. Überschrift, Acht Gründe, nie wieder in Deutschland zu studieren. Er erzählt da von seinen Erfahrungen einer bestimmten großen Universität, ist auch völlig egal, welche es ist, aber die Erfahrungen sind doch ganz erstaunlich gewesen. Ich zitiere mal ein paar Sachen, also er hat Acht Gründe genannt, ich zitiere mal Grund 5. Das Prüfungsamt weigert sich E-Mails zu schreiben. Was seine Einstellung zu den Studenten perfekt beschreibt. Grund 6. Die Technik. Meine Hausarbeit musste ich auf Papier anstatt als PDF-Datei einreichen. Noch schlimmer, alle Quellen musste ich auf eine CD brennen. Ich meine, wer hat überhaupt noch einen Computer, der diese Dinger lesen kann? Was kommt als nächstes? Disketten? Grund 8. Die Räumlichkeiten. Die Universität bietet wenig Platz für Arbeitsgruppen und praktisch keine Computer. Das spiegelt eigentlich nur die überholten Lernmethoden wieder. Auch Steckdosen gibt es selten. Soweit der finnische Student, der nie wieder in Deutschland studieren will. Wenn ich das so lese, sicherlich extremes Beispiel, aber eine große Uni, vielleicht sogar die größte. Worüber reden wir hier heute eigentlich? Wir reden vom Digital Turn, während an manchen Unis noch CDs gebrannt werden. Anders gefragt, hat unsere Diskussion heute über Strategie, über große Ansätze eigentlich irgendeinen Realitätsbezug? Herr Janosowitz, die Frage geht zunächst mal an. Sie sind ja nur am nächsten dran, wenn es um das Thema Lehre und moderne oder nicht moderne Lehre geht. Ja, so aktuell eigentlich kaum. Das bekommt man im Studium eigentlich nur am Rande mit, dass jetzt auch Sachen digital sind. Ich glaube, der größte Fortschritt, den ich in meiner Studienzeit mitbekommen habe, war, dass es jetzt ein System gab, wo Vorlesungsunterlagen gespeichert wurden, online und nicht mehr 20. Und das hat alle sehr glücklich gemacht und seitdem ist aber auch nicht mehr viel passiert. Also Ihnen fällt jetzt genau ein Beispiel ein, wenn ich es richtig sehe? Ja, es wurden auch hin und wieder mal neue, wie man in den Hörsälen installiert hat. Es gibt jetzt so Smartboards, mit denen muss man nicht mit Kreide malen, sondern mit dem Finger malen und in bunten Farben und die Hände sind danach nicht so dreckig. Also man kriegt einen Eindruck. Herr Hesse, Sie haben den Satz geschrieben, obwohl sich die Möglichkeiten, die das Internet und die Technik heute bieten, rasant weiterentwickelt haben, hat sich dies auf die Hochschullehre nicht wesentlich ausgewirkt. Im Grunde bestätigen Sie ja das, was Herr Janosowicz da gerade gesagt hat. Ja, ich fand diese Aussage gerade sehr symptomatisch. Wie wenig eigentlich bei den Studenten angekommen ist von dem, was hinter E-Learning und Digitalisierung steckt und wie wenig eigentlich sich auch Hochschulleitungen dafür interessieren. Und wenn man das zusammen nimmt, dann ist das ein durchaus typischer Eindruck. Und wir müssten jetzt darüber reden, was sind die Gründe und was kann man besser machen. Das werden wir auf jeden Fall gleich tun. Ich glaube, ein ganz wichtiger Beitrag auch zur Diskussion heute sind ja die 20 Thesen zur Digitalisierung der Hochschulbildung, über die wir schon verschiedentlich gesprochen haben. Herausgegeben vom Hochschulforum, da heißt es unter These 2, der intensivierte Wettbewerb im globalen Hochschulmarkt fordert von Hochschulen eine ganzheitliche Kommunikation und Markenbildungsstrategie. Da ist wieder dieses Stichwort Strategie, was wir heute Morgen, Volker Mayer-Guckel, auch häufiger gehört haben. Aber mal ganz ehrlich, wenn man das so hört, was wir jetzt gerade gehört haben, da ist doch von Strategie weit und breit nichts zu sehen, oder? Ja, so ist es ja auch nicht. Es ist ja nicht einfach, Strategien an Hochschulen zu entwickeln. Die meisten Strategien an Hochschulen ergeben sich additiv aus dem, was da ist und den... Man erklärt sie im Nachhinein zur Strategie. So ungefähr, also das ist ja bei Internationalisierung oder sonst wie auch nicht anders. Viele Strategien entstehen auch dann, wenn die Politik Anreize setzt. Das haben wir natürlich jetzt im Bereich der Lehre noch nicht so ausgeprägt wie im Bereich der Forschung. Da sind ja Strategiebildungsprozesse dadurch initiiert worden, dass plötzlich jemand gesagt hat, macht mal eine Strategie und die wird dann in der dritten Runde der Exzellenzinitiative besonders gefördert. Das hat unglaublich viel bewegt. Insgesamt, das ist ja nicht nur eine Frage des digitalen Feldes, insgesamt ist die Lehre ja ein nahezu reformfreier Raum. Also die Forschung ist klar, da geht es immer um das Beste und das beste Gerät, um die beste Ausstattung, um die neuesten Methoden und bei der Lehre ist dieser Innovationsimpuls der Hochschulen seltsam wenig ausgeprägt. Und das zieht sich sozusagen mit dem Digitalisierungsthema fort. Und die Frage ist, kann man damit noch lange so umgehen? Das funktioniert ja irgendwie. Oder gibt es gewisse Tendenzen, die die Hochschulen zwingen, sich langsam auf eine veränderte Welt einzugehen? Und jetzt will ich nochmal eine ganz andere Dimension Ihres Wortes Realitätsbezug. Entscheidend ist doch das, was in der Gesellschaft passiert, in der Industrie, in der Fertigungswelt, in nahezu allen Berufen, die sich irgendwie durch Digitalisierung verändern. Sei es in ihren Geschäftsmodellen, sei es in ihrer Praxis, in ihrer Arbeitspraxis, sei es in ihren Kollaborationsformen, sei es in ihrer Art und Weise, auf Wissensbestände zurückzugreifen. You name it. Das muss in irgendeiner Weise reflektiert werden, und zwar sowohl formal in der Hochschuldidaktik als auch inhaltlich. Das heißt, es muss reflektiert werden. Die Frage ist, wird es reflektiert, Herr Krausch? Wird das an den Hochschulen reflektiert? Oder ist es so, wie Volker Mayer-Guckel eben auch zum Ausdruck gebracht hat, dass in der Hochschullehre Veränderungen eben oft ein bisschen länger dauern? Das würde ja auch an der Stelle vielleicht gelten. Veränderungen sind immer schwierig und dauern immer eine gewisse Zeit. Je größer die Einrichtung ist, desto länger ist das. Das weiß jeder, der mal Change Management betrieben hat. Ich kann allerdings naturgemäß in dieses Hochschul-Bashing nicht einstimmen, was hier gerade sozusagen die ersten Redner getan haben. Ich kann auch nicht von drei Erfahrungen auf 250 Hochschulen in Deutschland schließen und feststellen, dass das allgemein so ist. Der finnische Student war offenbar nicht bei uns, denn wir haben 2008 das gesamte Prüfungswesen der Universität digitalisiert und damit vereinheitlicht, was bei einer Universität mit 150 Instituten und Kliniken nicht ganz trivial ist. Nicht, weil die Software schwierig wäre, das war trivial. Trivial nicht, aber das war nicht das Problem. Das Problem war, dass man ganz vielen Menschen sagen musste, so wie ihr bislang Prüfungsmanagement gemacht habt, könnt ihr das jetzt nicht mehr machen. Das läuft inzwischen seit Jahren. Bei uns geht das von der Einschreibung, von der Bewerbung mit der Einschreibung bis hin zum Alumni-Wesen. Selbstverständlich inkludiert das auch Unterlagen von Vorlesungen oder von Seminaren, die auf entsprechenden Plattformen verfügbar sind. Hausarbeiten übrigens, nur in Klammer, werden in vielen unserer geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer verpflichtend elektronisch eingefordert, damit sie überprüft werden können mit der entsprechenden Software. Okay, es war also nicht die Uni Mainz, aber das sagt jetzt noch nichts darüber. Und ich muss noch etwas dazu sagen, den Raum müssen Sie mir geben, von wegen Lehre und Forschung. Wir haben, wie viele Universitäten, ein Exzellenzkolleg für die Forschung. Wir haben seit 2011 ein entsprechendes Exzellenzkolleg für die Lehre, auf Augenhöhe mit dem Präsidium und dem Senat, was sich genau mit Fragen der Strategie der Lehre beschäftigt, natürlich auch mit Fragen der Digitalisierung und ihrer Implikation. Die sind, ich weiß nicht, ich glaube, eine Million kürzlich gerade wieder zur Verfügung gestellt worden für MOOCs, entsprechende Infrastrukturen. Also ganz so ist es nicht. Ganz so ist es nicht. Trotzdem bleibt doch in vielen Gesprächen, selbst die ich hier heute auch geführt habe, an vielen Stellen doch dann so eine Grundskepsis, so nach der Art, naja, es ist ja alles schön und gut, aber wie weit soll es denn gehen und ist es wirklich die Revolution oder ist es so, dass hier zum Teil auch Dinge vielleicht hochgehypt werden, die gar nicht so neu sind? Herr Vollmering, ist es vielleicht so, dass die Diskussion über Digitalisierung deshalb manchmal so läuft, weil die Befürworter, ich nenne sie jetzt mal ein bisschen abschätzig, Digitalisten, wie auch immer man sie nennen möchte, dass die nicht deutlich genug machen, was die Möglichkeiten sind, konkret, wirklich konkret. Also man kann sehr abstrakt darüber reden, wie toll die Digitalisierung ist, aber dass es vielleicht nicht konkret genug wird, welche Möglichkeiten da sind, was die Chancen sind? Ich würde der These zustimmen. Ich habe ein bisschen Problem mittlerweile damit, dass ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute, die innovative Modelle auch entwickeln, die sich damit tagtäglich auch auseinandersetzen, in so einer Blase sich befinden und ständig sagen, wie toll die Digitalisierung ist, welche enormen Möglichkeiten dort sind, sich selbst bestätigen, aber letztendlich noch nicht aus dieser Blase herausgekommen sind in die breite Öffentlichkeit. Und das ist jetzt nicht nur ein Problem der Hochschule, das habe ich im Schulbereich genauso, das habe ich im Bereich aber der Wirtschaft und des Arbeitswesens genauso. Das ist meistens immer so ein bisschen so ein Experten-Thema. Wir haben viele gute Vorreiter. Jeder weiß zwar auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen, die Fuß-Digitalisierung verändert das Leben. Das hat auch Auswirkungen auf mich. Aber wir haben letztendlich noch nicht den entscheidenden Schritt gemacht, dann auch Maßnahmen, die dann vielleicht vom Bund oder von den Ländern oder auch von Universitäten geschaffen werden und Möglichkeiten, die es dann auch gibt, dass wir die letztendlich auch weiter durchdringen, auch in die Gesellschaft und letztendlich dann auch die Basis dafür auch verbreitern. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Da muss sich die Community auch ein paar Gedanken drüber machen, wie man damit umgeht. Weil es gibt eben auch, das muss man berücksichtigen, auch Ängste vor der Digitalisierung, auch Fragen und Probleme, die ernst zu nehmen auch sind. Und das kann ich nicht dann einfach immer mit so einem Lächeln abtun und so, ihr habt da alle keine Ahnung von. Sondern da muss, glaube ich, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl auch manchmal von der Community dabei sein. Theresia Bauer, sitzen wir hier in einer Blase gerade und machen es uns gemütlich? Mitnichten. Also ich glaube, wir sollten nicht kleinreden, was sich tut. Und ich bin mir auch überzeugt davon, nach allem, was ich wahrnehme, dass wir aus dem Stadium raus sind, dass wir hier über Arbeit nur von einzelnen Pionieren reden. Also wir sind sicher noch ein Stück weit weg davon, dass die Hochschulen konzentriert mit erarbeiteten, elaborierten gemeinsamen Strategien systematisch durchdringen, wie sie Digitalisierung für gute Hochschule einsetzen wollen. Soweit sind wir sicher noch nicht. Aber wir sind auch weiter als einzelne schöne Beispiele oder gescheiterte Beispiele zu sehen. Ich glaube, wir sind mitten im Prozess. Aber die Aufmerksamkeit steigt sichtbar, erkennbar, dass in diesem Thema Herausforderungen, Aufgaben schlummern, denen sich die Hochschulen stellen müssen. Ein Beispiel, wir haben in Baden-Württemberg ein neues Format im Bereich der Hochschuldidaktik. Ich glaube, das Thema hat heute schon mal kurz eine Rolle gespielt. Fortbildungsprogramm unter dem Label Comet. Hochschuldidaktik ist jetzt nicht das Thema, das der große Renner ist normalerweise. Wahrscheinlich nicht nur in Baden-Württemberg, in anderen Bundesländern bestimmt genauso. Also man hat seine liebe Mühe, die Professoren zu begeistern für hochschuldidaktische Angebote. Nicht in diesem Bereich. Also die überraschende Erfahrung war, dass das neue Format sofort, sofort ausgebucht und überbucht war. Also da haben doch Leute etwas verstanden, dass hier sich etwas tut. Und deswegen finde ich, man sollte mal zuversichtlich sein, dass wir uns mitten in einem tiefgreifenden Wandlungsprozess befinden, dem sich die Hochschulen auch stellen. Dem sie sich öffnen werden. Sind wir mal eine Weile zuversichtlich und sagen jetzt, okay, die stellen sich dem. Die Frage ist jetzt die nächste. Herr Vollmering hat schon angedeutet, wie denn genau? Also wie kann dieser Prozess jetzt genau weitergehen? Wie kriegen wir die Botschaft, diese neuen Möglichkeiten sind da, weg von solchen Veranstaltungen und Podien und aus, ich sage mal, den Hochschulleitungen oder aus den Berufenden hin zu allen übrigen? Die Frage nach den Instrumenten, aber auch, Herr Hesse, nach der Strategie. Das Stichwort Strategie ist jetzt häufiger gefallen. Sie sagten vorhin zu mir im Vorgespräch, ich habe da eine Strategie. Alle suchen nach der Strategie bei dem Thema, Herr Hesse. Ich meine, es gab ja bisher immer eine Strategie, eine Strategie, die darin bestand, technische Möglichkeiten, die da waren, im Hochschulkontext anzuwenden. Und wir müssen uns wenig Gedanken machen über den Forschungsbereich. Das hat eine Eigendynamik, das läuft auch hervorragend eigentlich. Innerhalb der Lehre, da wird es komplizierter, würde ich sagen, die bisherigen technischen Anwendungsmöglichkeiten haben mehr dazu gedient, das Studium um die Lehre herum besser zu organisieren. Und da gibt es eine ganze Reihe von tollen. Also Serviceleistung. Ja, ich kann nachschauen, wann meine Veranstaltungen sind, wo meine Prüfungsergebnisse liegen, wo meine Folien liegen. Ich kann auch eine Lehrveranstaltung mir anschließend nochmal anschauen oder auch Elemente anschauen. Wenn Sie sich aber anschauen, wie sieht die Vorlesung aus, wie sieht das Seminar aus, gibt es wenige Ausnahmen, die direkt auf die Lehre bezogen sind. Jetzt will ich das Kind natürlich nicht mit dem Bade ausschütten. Und ich glaube schon, dass Kommunikationsmöglichkeiten, Simulationsmöglichkeiten, die gegeben sind, Veranschaulichungen, die in dynamischen Visualisierungen liegen, tolle Fortschritte sind, die ganz gezielt eingesetzt werden können. Und ich glaube sogar, dass wenn man das Konzept dieser E-Portfolios weiterdenken würde, daraus neue Möglichkeiten entstehen. Das heißt, was wir machen müssen, ist erstmal, und jetzt bin ich natürlich Psychologe, der das kognitive System, also den Adressaten des Wissensprozesses adressiert, dass wir gucken, was ist wirkungsvoll, was hilft und was ist vielleicht nicht so sinnvoll. Was ist jetzt die Strategie genau? Die Strategie wäre erstmal ausgehend vom Lerner. Das ist eine Strategie. Und dann gucken, wie können wir etwas mehr in den Lehr-Lern-Prozess reingehen. Das haben wir bisher nicht gemacht da. Und dann würde ich noch, aber sonst würde ich zu lange reden jetzt im Augenblick, würde ich sagen, es gibt eine zweite Möglichkeit, über das, was wir machen, im Augenblick hinausgehen. Und das hat damit zu tun, dass wir ausbilden, ja eigentlich für eine Zeit nach dem Studium. Die Zeit nach dem Studium hat so Schlagworte wie Industrie 4.0. Wenn ich jetzt mal Industrie 4.0 runterbreche, auf eine kognitionspsychologische Sicht, dann heißt das eigentlich Arbeitsteiligkeit. Arbeitsteiligkeit zwischen dem, was die digitalen Ressourcen leisten und was ich als Experte leiste. Und das zurückzutragen in das Studium, das wäre eigentlich eine Strategie, die man genauer darstellen könnte. Stichwort Strategie, Herr Krausch. Sie haben, als Sie das Stichwort vorhin gehört haben, ziemlich spontan so reagiert, ich will da gar keine Strategie, brauchen wir nicht, wir brauchen da keine Strategie. Warum? Weil alles so toll ist? Nein, aber wir haben ja viele Strategien. Wir haben eine Lehrstrategie beispielsweise, die wir immer wieder überarbeiten. Da spielt das natürlich eine Rolle. Ich weiß nicht, ob ich gerade jetzt im Bereich der Lehre eine Digitalisierungsstrategie brauche. Das finde ich ein bisschen kleinteilig. Ich würde auch widersprechen, dass es in der Forschung keine Rolle spielt. In der Elementarteilchen-Physik lachen Sie sich tot, wenn ich komme mit Digitalisierung. Die haben das World Wide Web erfunden, vor einigen Jahrzehnten. In den E-Humanities beispielsweise kann es sehr wohl sinnvoll sein, eine Strategie zu entwickeln, weil Sie vielleicht Infrastrukturen aufsetzen müssen, die über die einzelne Professur hinausgehen, die teuer sind. Vielleicht müssen Sie mit irgendwelchen anderen Hochschulen zusammenarbeiten. Also was ich damit meinte, war nur eine Digitalisierungsstrategie, die alles umfasst. Das ist zu kleinteilig. Meine Kommunikationsstrategie, meine Forschungsstrategie, meine Lehrstrategie, meine Verwaltungs- und Managementstrategie, am besten noch Gleichstellung und Internationalisierung dabei. Also das ist einfach die falsche Dimension. Wir brauchen Strategien in der Steuerung der Hochschule. Aber ob Digitalisierung sozusagen die Dimension ist, unter der ich meine Strategie zusammenpasse, da würde ich ein Fragezeichen dran setzen. Tja, Volker Mayer, gut, jetzt haben wir ein Problem. Das ganze Hochschulforum Digitalisierung dient ja dazu, eine Strategie zu entwickeln. Jetzt sagt Herr Krausch, brauchen wir gar nicht, zu kleinteilig gedacht. Pech gehabt fürs Hochschulforum? Nee, würde ich nicht sagen. Also These 1, die digitale Hochschule gibt es nicht. These 1. Also mit anderen Worten. Jede Hochschule braucht eine Strategie. Jede Hochschule braucht eine andere. So, eine der Hochschulen adäquate. Ob Sie das nur machen wie Herr Krausch, von dem ich, ich weiß ja, dass die Mainzer da ganz vorne sind, auch was Lehrentwicklung angeht und Qualitätssicherungsmaßnahmen. Deshalb haben Sie auch die erste Systemakkreditierung bekommen. Andere sind aber noch nicht so weit. Oder ob Sie es so machen, wie der Herr Schmachtenberg an der RWTH, der erstmal sagt, ich will in vier Jahren 20% meiner Bachelor-Lehrinhalte digital aufbereitet oder begleitet haben. Mehr sagt er nicht. Auch eine Strategie. Klare Vorgabe. Und dann überlässt das den Fachbereichen und den Disziplinen und Kulturen darüber nachzudenken, wie das zu erreichen ist. Durch Digitalisierung von Inhalten, durch Digitalisierung von Formaten, durch Vorbereitende oder durch Learning Labs und was weiß ich. Also das geht ja auch. Entscheidend ist, glaube ich, ein Impuls. Der kann von der Hochschulleitung kommen, der kann von der Politik kommen. Aber ich glaube, ohne geht es nicht. Aber wir arbeiten ja alle daran. Ein Satz, bevor Herr Krausch was sagt. Jetzt haben Sie noch immer nicht gesagt, wofür man dann das Hochschulforum Digitalisierung braucht. Weil wenn jede Hochschule eine eigene Strategie braucht. Gut. Herr Krausch. Wenn Strategie das ist, was Sie gerade sagten, das war eine Lehrstrategie oder ein Aspekt einer Lehrstrategie. Wenn das gemeint ist, habe ich nichts gegen Strategie. Aber eine Digitalisierungsstrategie für die Johannes Gutenberg-Universität Mainz müsste so, so, so viel mehr umfassen. Ja, und das macht einfach keinen Sinn. In meinen Augen. Aber mit dem anderen habe ich kein Problem. Darf ich jetzt die zweite Hälfte der Antwort geben? Was wir festgestellt haben, und das schließt so ein bisschen an, als was Herr Vollmering gesagt hat. Natürlich, und das gebe ich selbstkritisch zu, arbeitet auch dieses Forum zunächst mal in einer Expertenblase. Es kommen oft dieselben, die dann am Podium auch immer wieder dieselben Antworten liefern. Und sind sich komischerweise auch oft einig dann. Ja, die sind sich einig, aber die sind sich überhaupt nicht einig. Also, da empfehle ich Ihnen mal bei verschiedenen Experten Gruppen da hier beizusitzen. Die sind sich erst mal gar nicht einig. Aber sie können sich auch was einigen. Das ist der erste Punkt. Das zweite, und das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Schritt, der jetzt folgen muss, ist, in der Tat eine neue Adressatengruppe zu finden. Das ist jetzt ein Auftakt, ja, eine Fachöffentlichkeit gepaart mit Politik. Der dritte Teil wird sein, jetzt mal tatsächlich auch Präsidenten einzuladen, die eben nicht so oft auftauchen, wie Herr Krausch oder Herr Jeckel bei uns, ja, sondern tatsächlich ein bisschen weiter entfernt sind von dem ganzen Thema, auch zu sagen, was gibt es alles schon. Und das ist das Entscheidende, was das Hochschulforum leisten kann. Wir haben Beispiele gesammelt und Leute, die mit diesen Beispielen gute Erfahrungen gesammelt haben. Und was wirklich fehlt an vielen Hochschulen, ist das Wissen darüber, was es schon alles gibt an anderer Stelle, was ich ohne weiteres und ohne Geld integrieren kann in meine Konzepte und welche Partner es gibt, die mir möglicherweise helfen dabei, diese Strategie umzusetzen. Das kann eine andere Hochschule sein, das kann ein wissenschaftlicher Partner sein, das kann aber auch ein Dienstleister sein, der von ganz von außen kommt. Vielleicht sollten wir jetzt mal zu diesem anderen Punkt kommen, den Herr Vollmering ansprach, und zwar, wir müssen irgendwie deutlicher machen, was es bringt und wir müssen das irgendwie mehr in die Öffentlichkeit reintragen. Ich würde gerne mal ganz kurz durchfragen, die einzelnen Gruppen an der Hochschule, wem eigentlich die Digitalisierung was bringt. Also welche Gruppe an der Hochschule hat welchen Vorteil? Gehen wir mal von den Studierenden aus, Herr Janusowitz. Was erwarten Sie sich von der Digitalisierung? Was würde die besser machen? Was kann die besser machen für Sie? Und vielleicht können wir Herrn Hesse dann anschließend auch dazu hören. Also auf jeden Fall Hochschulzugang erleichtern. Das muss ja jetzt nicht unbedingt nur Studenten sein, sondern vielleicht auch schon Schüler, die sich überlegen, was sie mal studieren wollen oder Leute, die sich überlegen, noch ein Studium aufzunehmen, nebenher, neben dem Beruf oder der Kindererziehung oder so. Dann ist es wahrscheinlich auch einfach besser verfügbar. Ich muss nicht mir die Informationen, sage ich mal, zusammensuchen, wenn ich es nicht mehr aus der Vorlesung weiß, was jetzt der Professor mir erzählt hat und muss ich nicht ewig im Lehrbuch suchen und vielleicht steht es dann da gar nicht drin, sondern ich kann das idealerweise dann einfach mir nochmal angucken. Also im KIT gibt es das mit den Vorlesungsaufzeichnungen schon länger, aber das richtige digitale Lernen macht ja nicht nur eine Aufzeichnung, sondern noch viel mehr, dass ich das dann noch besser finden kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ansprechender und zugänglicher und motivierender ist, wenn ich einfach sofort sehe, ich habe jetzt was gelernt, ich muss nicht mehr bis zur Prüfung warten, um zu wissen, ob ich jetzt gerade mit dem Verständnis auf der Höhe bin oder doch einfach grundlegende Konzepte noch nicht verstanden habe. und natürlich, dass man viel leichter auch in andere Bereiche von verschiedenen Fächern reingucken kann und das einfach mal sich angucken und ausprobieren, ob einem das zusagt oder nicht und nicht immer einen ganzen Studiengang wechseln muss oder sowas. Also ganz viele konkrete, auch zum Teil kleinere Dinge, die aber dann den Alltag als Studierender erleichtern könnten. Herr Hesse, Thema oder These 9 in dem Papier, in dem Diskussionspapier lautet, der Einsatz digitaler Medien trägt Verbesserung der Hochschullehre bei. Vorhin haben Sie gesagt, bisher ist das nicht so, aber vielleicht sagen Sie auch nochmal, inwiefern profitieren Studierende tatsächlich dann inhaltlich? Also ich glaube, in dem Sinne, wie es gerade gefordert worden ist, kann das, was bei E-Learning auch gelebt wird, schon vieles dazu beitragen. Ich glaube nur, das wäre so mein Anliegen, wenn ich vorhin von Industrie 4.0 gesprochen habe, dann habe ich eine Eigenschaft herausgestellt, die Eigenschaft, dass der Arbeitsteiligkeit eine Rolle spielt. Arbeitsteiligkeit zwischen Expertise oder ich nenne das Wissen im Kopf und Wissen in digitalen Systemen oder in digitalen Ressourcen. Und ich glaube, wir sind an so einer Schwelle heute, wo die digitalen Ressourcen so eine Ubiquität haben. Jeder hat so ein Ding dabei. Wenn wir jetzt fragen würden, wer hat keins dabei, dann würde niemand aufzeigen, weil jeder hat ein Handy oder auch einen Rechner in der Tasche. Oder traut sich nicht zu sagen, dass er es nicht hat. Ja, oder so rum. Und ich glaube, dass man manche Elemente davon auch in das Studium einbringen könnte oder aber, indem manches, was bisher gelehrt worden ist und in den Kopf sollte, auch in digitalen Ressourcen sein könnte. Nur wir müssten dann die Verbindung hinkriegen. Ich nenne das kognitive Schnittstelle zwischen dem Wissen, was ich ständig nutzen kann, ubiquitär verfügbar und was ich im Kopf habe und im Hinblick auf die berufliche Situation. Und Industrie 4.0 heißt nicht nur, dass im Industriekontext, das gilt in der Medizin und in anderen Bereichen genauso, dieses Zusammenspiel, dass ich darauf vorbereitet werden soll. Wenn Sie heute einen fragen, was ist denn Medienkompetenz, dann haben wir auch wieder 35.000 Meinungen. Und wenn wir aber Ziele vorgeben, natürlich innerhalb von geschachtelten Strategien oder Ähnlichem, dann könnten wir ein bisschen genauer definieren, ja, was heißt denn Medienkompetenz? Und dann könnte man sie auch trainieren. Ich finde, für die Studierenden ist es jetzt relativ klar, auch vom ganzen Tag her schon gewesen, dass es viele Vorteile geben kann, sage ich mal, wenn die Digitalisierung vernünftig aufgesetzt wird. Also die Potenziale sind da. Meine These, Frau Bauer, ist, wir müssen für die Hochschullehrer, für die Professoren auch Motivation und Anreize finden, warum die sich mit diesem Thema Veränderung digitaler Hochschullehrer und so weiter auseinandersetzen sollen. Was haben denn Hochschullehrer davon, sich auf die Digitalisierung einzulassen? Weil sonst, wenn wir die Frage nicht beantworten, werden sie es nicht tun. Also ich bin ja überzeugt davon, Digitalisierung ist kein Ziel. Wir bekommen neue Handlungsmöglichkeiten und müssen uns überlegen, Hochschullehrer müssen sich überlegen, was kann ich eigentlich mit diesen neuen Möglichkeiten für die Erreichung meiner Ziele erreichen. Jetzt ist die Lehre und gute Lehre ja oft nicht im Fokus der Tätigkeit. Man hat mit guter Forschung ja wirklich alle Hände voll zu tun. Dennoch gibt es ja auch begeisterte Hochschullehrer, die neue Möglichkeiten bekommen und deswegen bin ich mir sicher, dass das Nachdenken über die neuen Ziele, die wir besser erreichen können, die Hauptmotivation ist. Ich bin überzeugt davon, man kann mit den neuen Spielräumen andere Reichweiten, andere Zugänge eröffnen. Man kann eine neue Qualität erreichen, weil man individualisiertere und flexiblere Formate aufsetzen kann, die eine höhere Qualität bedingen. Und das höchste Gut meines Erachtens ist, dass man in einer neuen Weise dosieren kann, was ist sozusagen Wissensspeicher oder Informationspool und wie können wir die wertvolle Zeit, die wir an der Hochschule in der Begegnung miteinander verbringen, anders nutzen, als mit dem spröden Wissen präsentieren. Und ich glaube, ein begeisterter Hochschullehrer oder eine Hochschullehrerin wird darin Motivation finden, zu sagen, wir können in einer intensiveren Weise den Dialog, das wissenschaftliche Argumentieren, den Austausch organisieren, weil wir neue Möglichkeiten haben. Das kann dann gerne und muss wahrscheinlich auch zusätzlich auch durch politische Rahmenbedingungen unterstützt werden. Ich bin mir sicher, dass es alles enorme Aufwand und Veränderung bedeutet. Das macht man nicht einfach nebenher. Deswegen ist Politik auch gefragt, diesen Prozess zu unterstützen und zu begleiten. Aber ich bin auch sicher, mit Geld allein kriegen wir die gute Lehreformate eben nicht hin. Man braucht den Willen, den Wunsch, die neuen Qualitäten zu erreichen und die Politik muss es unterstützen. Über Geld werden wir gleich auch noch sprechen, aber vielleicht bleiben wir erst mal bei diesem Punkt. Herr Krausch, Sie haben sich, glaube ich, eben auch zu Wort gemeldet, sah so aus. Mein Eindruck ist ja, dass Frau Bauer bei der Zielgruppe, über die sie spricht, ja ganz bestimmte Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer vor Augen hat. Nämlich diejenigen, die man eigentlich gar nicht mehr ins Boot holen muss, die sich halt begeistern, auch für Lehre, die sich offen äußern für neue Veränderungen. Aber wir müssen ja irgendwie vielleicht die anderen auch noch mitnehmen, diejenigen, die vielleicht da nicht sofort mit an Bord sind. Also ich würde sagen, in Zeiten hoher Studierendenzahlen und in manchen Fächern katastrophaler Betreuungsrelationen, das haben wir leider in Deutschland, ist es mit der Begeisterung, der Motivation und auch der sehr guten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, teilweise nicht so weit her, weil die einfach nicht mehr zum Schnaufen kommen neben ihrer Arbeit. Und ich denke, was die brauchen, ist auch gar nicht Geld, sondern die brauchen Zeit. Und ein schönes Beispiel aus Rheinland-Pfalz, was irgendwie bestimmt acht Jahre alt ist oder so, ist das Netzwerk Bildungswissenschaften, was vom virtuellen Campus Rheinland-Pfalz quasi technisch gemacht wird, dass man in der Lehramtsausbildung, wo wir, ich weiß nicht wie viel, Herr Jekl, 10.000 Leute in Rheinland-Pfalz ausbilden, also wir bilden allein 6.000 aus, die anderen Universitäten auch noch, also es sind viele Menschen, die ausgebildet werden, da gibt es Standard-Einführungsvorlesungen, die werden einmal gehalten und das Land hat die Motivation darin gegeben, dass es gesagt hat, gut, die anderen können das nutzen, kriegen es aber angerechnet, das hätten sie selbst gehalten und können dann ihre Arbeitszeit sozusagen in die Betreuung der Studierenden rein investieren. Das ist eine Kapazitätsfrage, eine kapazitätsrechtliche Frage, die ist da in einem Fall mal sehr schön gelöst worden und das sind so Anreize. Da kriegt man sie dann natürlich, klar, weil sie Zeit gewinnen an der Stelle dann für anderes. Ja, ganz genau und ich denke, diese Frage nach der kapazitätsrechtlichen Bedeutung von elektronischen Lehrelementen muss sowieso geklärt werden, irgendwie in dem Maße, in dem wir die mehr einsetzen. Das wird auch für den Kollegen in Nordrhein-Westfalen gelten. Wenn der 20% E-Learning-Elemente haben will, dann muss ja klar sein, ob er dann hinterher 20% weniger Professoren hat oder ob er die behalten darf. Herr Kraus, ich bleibe noch mal ganz kurz bei Ihnen, weil jetzt meine nächste Frage wäre, was die Hochschulen als Ganzes davon haben. Man könnte ja auch argumentieren, das ist auch heute Morgen schon mal zwischendurch angeklungen, es entsteht ein weltweiter Markt durch die Digitalisierung, die Hochschulen sehen sich neuen Konkurrenten gegenüber. Das begrüßt man ja nun vielleicht nicht erst mal unmittelbar, weil man natürlich kann man selber auch Konkurrent für andere werden, aber zunächst einmal ist es doch so, dass das Umfeld für eine Hochschule komplizierter wird, nicht unbedingt Voraussetzungen, um dieses Thema als Hochschule bejahend anzugehen. Also neue technische Möglichkeiten sind immer in gleicher Weise Chancen und Herausforderungen, das gilt da auch. Ich hatte es vorhin in einem anderen Kontext gesagt, allein was das Marketing, ich rede gar nicht von internationalem Marketing, Marketing von Hochschulen betrifft in Zeiten, wo ich als Präsident gar nicht mehr bestimmen kann, was über die Hochschule geschrieben wird, weil so und so viele Hunderte oder Tausende meiner Studierenden in irgendwelchen sozialen Medien in Ihrer Sicht meiner Hochschule schreiben, das ist eine große Herausforderung, mit der man umgehen muss, mit Personal, was man vielleicht vor 15 Jahren eingestellt hat, wo das noch gar kein Thema war. Also das nur zum Thema Herausforderung. Internationale Konkurrenz haben wir sowieso, die Angst, dass nachher alle die BWL-Vorlesungen bei dem genialen Kollegen von Harvard University hören, die halt als MOOC im Internet steht, die Angst hatten wir mal kurzzeitig, das hat sich nicht bewährt, dieses Miteinander von Präsenzuniversität einerseits und elektronischen Angeboten andererseits scheint attraktiv genug zu sein, dass die Kids immer noch zu uns kommen, aber in der Tat ist die internationale Konkurrenz eine Herausforderung, aber ich sage mal, die elektronischen Möglichkeiten sind natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, sich selbst zu bewerben, also auch das hat wieder, also auch international präsent zu sein, aufzutreten, das hat auch wieder zwei Seiten. War jetzt eine sehr differenzierte Antwort an der Stelle, aber ich glaube, was halt schon bleibt, ist, dass es viele Hochschulen gibt, die diese neue Konkurrenz die da aufkommt, nicht nur positiv sehen, sondern eben auch sehen, okay, wir müssen uns mit neuen Angeboten auseinandersetzen, wir müssen selber was entwickeln, haben vielleicht noch gar nicht die Möglichkeiten dazu, es kostet ja auch alles viel Geld, das war das Stichwort, was von Frau Bauer kommt. Volker Mayer-Guckel, da gibt es in den Thesen zwei Thesen in dem Diskussionspapier, die sich, finde ich, so ein bisschen widersprechen. In These 14 heißt es, nicht finanzielle Ressourcen, sondern die Hochschulstrategie entscheidet über Erfolg und Misserfolg im Digitalisierungsprozess und dann heißt es, glaube ich, sogar in der nachfolgenden These 15, es braucht mehr Geld. Ist das ein Widerspruch und die Frage ist, wie teuer ist es und ist es am Ende eine Frage der Haltung der Hochschulen, also können Hochschulen, wenn sie die richtige Haltung haben, die richtige Strategie haben, es schaffen so oder kostet es doch mehr Geld? Das habe ich nicht verstanden an dem Papier. Ja, das ist so ein bisschen ein Ausfluss der Widersprüchlichkeit in den einzelnen Gruppen. Ne, also was dahinter steckt ist natürlich, also wir hatten das ja alle schon mal vor 15 Jahren, da sind die UMTS-Millionen in die Hochschulen geflossen, viel Geld in wenig Strategie und wir haben viele Insellösungen bekommen, die dann schnell technisch überholt waren, die nicht vernetzt waren und so weiter und so fort. Diese Fehler muss man ja nicht nochmal machen. Also ich interpretiere diese Thesen so, obwohl ich sie nicht alle formuliert habe, dass man sagt, solange ich nicht irgendwie ein Konzept dahinter habe, wo ich eigentlich hin will, wofür ich das gebrauchen will, was Frau Bauer eben gesagt hat, it's not an end in itself, nützt mir auch viel Geld nichts. Andererseits muss ich natürlich verlässliche Finanzierungswege haben, um das anzugehen. Es nützt auch nichts, wenn es jetzt im Sinne der digitalen Agenda plötzlich ein Drei-Jahres-Programm gibt, wo wieder viel Geld ausgegeben wird und danach ist es wieder weg. Also ich glaube, und das steht ja auch in einer These, sowas muss dann auch in dem Dialog mit den Hochschulen in Zielenvereinbarungen und dann nachhaltig unterfüttert werden. Dass das was kostet, das ist doch gar keine Frage. Das sagt jeder, der sowas mal entwickelt hat. Und Herr Vollbring, ist das eine Aufgabe für den Bund oder für die Länder, wenn das was kostet? Kommt immer darauf an. Also in erster Linie ist natürlich für die Hochschulfinanzierung ist natürlich das Land erstmal verantwortlich. Das muss man ja auch sagen. Ich meine, da muss natürlich auch in jedem Bereich selbst geguckt werden, wie gehen die einzelnen Länder auch damit um. Ja, mit dem Punkt. Natürlich muss der Bund und das tut er ja auch mit verschiedensten Maßnahmen und auch mit der digitalen Agenda schon auch eine koordinierende Rolle ja auch machen. Es gibt jetzt eine Reihe von Forschungsprojekten. Wir müssen mal darüber diskutieren eben auch, weil auch diese Fragen haben wir uns ja, die Sie ja auch jetzt zurecht aufstellen, die haben wir in vielen Bereichen ja auch noch gar nicht komplett auch ausdiskutiert. Was bedeutet eigentlich Big Data überhaupt aus datenschutzrechtlichen Gründen, aus ethischen Gründen? Ja, da stehen wir in Teilbereichen natürlich auch noch am Anfang und da müssen wir auch natürlich im Bereich der Forschung das eine oder andere vielleicht auch noch ergänzen. Was mich eigentlich an diesen gesamten Debatten immer so ein bisschen einfach stört ist und auch an dieser Debatte jetzt, die wir gerade auch gehabt haben, Strategie oder nicht, dass man den Begriff der Strategie manchmal einfach auch zu sehr, ja, überbelastet auch, dass man teilweise zu viel, zu detailliert auch Sachen auch vorgibt. Ich persönlich wäre eher der Auffassung, dass man grobe Ziele vorgibt, dass man dann allerdings auch den Universitäten genug Freiheiten auch gibt, manche Sachen auch selbst dann auch auszuprobieren, manche Sachen dann auch selber auch mal zu testen und dort eben auch, wie gesagt, dieses eigene Profil dann auch als Universität. Grobes Ziel, nur als Beispiel, was wäre so ein grobes Ziel? Grobes Ziel ist ja, was ja zum Beispiel immer hier auch angesprochen worden ist, ist ja die Frage, das ist das ganz, ganz große Thema, was ist jetzt eigentlich letztendlich mit der kompletten Medienkompetenz überhaupt in Deutschland? So, wie die ICLS-Studie hat gezeigt, wir stehen dort relativ schlecht dort. So, und da ist natürlich eine Frage, die betrifft die Schulen, die betrifft die Hochschulen, weil natürlich dort im Bereich der Lehre auch Fortbildung eine Menge auch geschehen muss, die betrifft allerdings genauso auch die Wissenschaft. So, wenn ich jetzt doch dieses große Ziel dann auch erkenne und das ist ja auch Sinn unseres Antrages gewesen, den wir ja auch jetzt im Bundestag ja auch verabschiedet haben zu dem Thema, dass wir eine Strategie digitales Lernen dann auch entwickeln, dann erwarte ich dann auch, dass man sich zumindest dann auch mal auf Bundes- oder auf Mindeststandards dann auch einigt und die man dann zumindest mal dann auch letztendlich dann auch durchsetzt. Wer einigt sich? Die Länder einigen sich darauf. Länder unter Koordinierung auch des Bundes, deswegen haben wir ja gesagt, durchaus mal über Nachdenken, wie sieht es aus mit dem Staatsvertrag? Neue Wege da auch letztendlich gehen, damit man auch nicht immer die ständigen Debatten über Kooperationsverbot auch geht. Aber nichtsdestoweniger einfach nicht überlasten. Einige wichtige zentrale Punkte festlegen, dann den Universitäten auch Freiheiten auch geben. Ich glaube, das bringt in Teilbereichen auch mehr und dann auch mehr Fortschritt, weil es natürlich auch mehr Wettbewerb unter den Universitäten bringt. Wenn ich mehr Wettbewerb auch habe, habe ich auch wieder weiter auch mehr Innovation, weil da stimme ich natürlich schon einigen ja auch zu. Es ist natürlich schon auch sehr, sehr viel auch auf einem guten Weg, was oftmals ja auch gar nicht auch erkannt wird. Aber die Fragen müssen wir uns trotzdem da auch mit Sicherheit stellen. Aber Politik muss einfach dann dafür auch sorgen und das ist eben auch Aufgabe, dass ja eben auch die Baustellen, die dann erkannt sind, auch da sind. Urheberrecht haben wir jetzt noch nicht drüber diskutiert, Breitbandausbau, da müssen wir halt Voraussetzungen auch schaffen. Aber es kann letztendlich dann auch nicht immer sein, dass die Politik der Hauptverantwortliche dafür auch ist, dass dann das alles konkret dann auch funktioniert, sondern die entsprechenden Arbeiten, die müssen dann auch letztendlich dann auch gewollt sein vor Ort. Sie haben jetzt ganz elegant ein bisschen das Thema weggewechselt vom Geld. Wir kommen nachher nochmal zum Geld zurück. Zunächst Herr Mayer-Guckel, dann Herr Hesse. Also ich würde gerne jetzt Ihren ersten Satz nochmal aufgreifen. Dafür sind natürlich in erster Linie die Länder verantwortlich, haben Sie gesagt. Und das stimmt natürlich im Grundsatz für die Lehre sind die Länder verantwortlich. Aber hier funktioniert das nicht mehr. Hier funktioniert das nicht mehr. Weil hier Grenzen gesprengt werden. Digitalisierung hat auch was mit Entgrenzung zu tun von Institutionen. Sie sprechen dann eben nicht nur immer Landeskinder an. Ich meine, wir haben jetzt die Diskussion in Nordrhein-Westfalen seit einigen Jahren. Warum muss Nordrhein-Westfalen die Hochschule Hagen finanzieren, wenn sie doch 80 Prozent ihrer Klientel von außerhalb des Landes bekommt? Das wird sich in Zukunft nicht nur auf Hagen beschränken. Das wird sich auf viele. Nehmen Sie dieses wunderbare Projekt, was leider auch eingeschlafen ist, vielleicht lebt es ja noch irgendwie, des TU9 der German Engineering University. Also wenn wir überhaupt was ins Ausland zu tragen haben, dann sicherlich diesen Brand. Wer zahlt das bei TU9 aus neun Bundesländern? Da könntest du doch nicht Frau Bauer fragen, mach du das mal. Also dann muss es nämlich Kooperations- und Finanzierungsformen geben, die jenseits der Länder angesiedelt sind. Ob das über Staatsverträge läuft, ob das über Bund-Länder-Kooperationen jetzt in den neuen Föderalismus-Möglichkeiten ist, das sei dahingestellt. Aber ohne länderübergreifende Finanzierungsformeln geht es hier nicht. Wird es nicht funktionieren? Nein, da sind wir ja auch gar nicht einer Meinung. Das muss allerdings dann auch nur von den Ländern auch in Teilbereichen auch mal gewollt werden. Also da bin ich auch mal gespannt. Das ist ja zur Wahrheit auch dazu. Es kann allerdings auch nicht immer sein, dass immer ständig gesagt wird, der Bund muss letztendlich alles machen. Also was der Bund alles machen muss, dann können wir irgendwann den kompletten Föderalismus auch abschaffen. Der Bund ist ja durchaus bereit, er hat auch was zu machen. Er tut es ja auch. Frau Quenetin hat heute Morgen auch gesagt, sie ist bereit, oder der Bund ist bereit, noch ein bisschen Geld dafür in die Hand zu nehmen. Das ist ja auch im Bereich der Forschung, ist es ja auch schon so, wir haben die qualitätsoffensive Lehrerbildung gemacht, da profitieren ja auch die Universitäten von. Also es sind durchaus ja auch Maßnahmen dort, wo der Bund sich ja auch engagiert und wo auch Kooperationen auch möglich sind. Und da sage ich auch noch einen Schritt weiter, da müssen wir auch die Wirtschaft auch mit einbeziehen. Auch das muss letztendlich dann gemacht werden. Aber wenn nicht die Bereitschaft auch dort ist, auch gerade dann bei den Ländern, an der einen oder anderen Stelle dann eben auch zu sagen, ich bin dazu auch bereit und mache dort nicht jetzt mein Klüngelding auch und ich bin schon auch durchaus bereit, meine Standards dann auch verbinden, ich dann einfach auch mal festzulegen, dann kommen wir natürlich weiter. Herr Hesse, ich würde gerne Frau Bauer mal kurz vorziehen, weil sie jetzt irgendwie doch ziemlich direkt angesprochen ist. Machen Sie in Baden-Württemberg nur Ihr Klüngelding oder sind Sie bereit, da eventuell auch zu Standards zu finden? Ich wundere mich ein bisschen über die Tonlage. Also ich glaube, die Länder tun alle ihren Anteil, tun vielleicht unterschiedliche Sachen, deswegen haben wir auch einen Föderalismus. Wir haben mal versucht nachzuzählen, was können wir eigentlich, das ist schwierig mit den Zahlen, wenn man Forschungsstrategien, Infrastrukturausstattung, innovative Programme für innovative Formate in der Lehre, wenn man das alles mal zusammenrechnet, aber insbesondere ja auch einfach die Ausstattung mit einer IT-Infrastruktur, die wir für einen Forschungsbereich brauchen, da kommen wir in Baden-Württemberg in dreistellige Millionenbereiche, gut vertretbar. Und ich glaube, andere Länder würden ähnliche Sachen sagen. Also es gibt Anstrengungen, trotzdem, ich glaube, die Lösung ist doch ganz einfach. Die Aufgabe und die Veränderung ist so gewaltig und die Chancen, die für Wissenschaft und Hochschule drinstecken, sind so gewaltig, dass selbstverständlich alle mit anpacken sollten. Und natürlich gibt es Dinge, die wir nur dann gut gelöst kriegen, wenn wir kooperieren und uns verständigen. Was heißt denn konkret, alle sollen anpacken? Brauchen wir ein nationales Programm für Digitalisierung? Nein, ich glaube, das ist zu allgemein und macht keinen Sinn. Aber wir brauchen zum Beispiel bei der Frage des Höchstleistungsrechnens eine abgestimmte Strategie. Wir werden auch ganz dringend... Und wer koordiniert das? Das muss man für die einzelnen Problemfelder anschauen, wo die Kompetenz ist und welche Akteure zusammenkommen. Wir brauchen ein Urheberrecht, das wissenschaftsadäquat ist. Da ist der Bund gefragt, aber die Länder werden ja auch gefragt sein am Ende, weil sie vielleicht auch noch zustimmen müssen. Also ich glaube, wir müssen uns die einzelnen Problemfelder identifizieren und dann da schauen, wo wir nur mit einer gemeinsamen Strategie vorankommen. Ja, selbstverständlich arbeiten wir dann zusammen. Und andere Dinge vertragen gut unterschiedliches Vorgehen, unterschiedliche Geschwindigkeiten, den Wettbewerb der Ideen. Und wir werden das schlicht und einfach sortieren müssen und uns dazu bekennen, dass alle Ebenen... Wann und wo wird das sortiert? Also ich glaube wirklich, wir kommen so voran, weil das Thema Digitalisierung viel zu breit ist. Es hat zu viele Facetten. Es gibt nicht die eine Strategie zum Thema Forschung, Infrastruktur, Lehre, Internationalisierung, was alles dranhängt. Also wir werden das in den Facetten durchbuchstabieren müssen. Ich möchte aber einen Gedanken, den müsste ich jetzt noch dringend loswerden, weil er, glaube ich, wirklich politisch relevant wird. Und für die Menschen, die hier sind, die sich ja in irgendeiner Weise interessieren für das Thema, sonst wären sie nicht hier, spannend sein könnte. Ich glaube, in den nächsten fünf Jahren wird sich bundesweit entscheiden, ob die Demografie, die ja irgendwann auch in den Hochschulen ankommt, ob die Demografie finanzpolitisch und hochschulpolitisch so umgesetzt wird, dass man sagt, na ja, jetzt kommen weniger Studierende an, dann werden wir entsprechend die Hochschulhaushalte zurückfahren. Stichwort demografische Rendite. Ja. Oder schaffen wir es miteinander der Gesellschaft, das sind ja nicht nur die Finanzminister, schaffen wir es miteinander der Gesellschaft zu erklären, warum wir die nächsten Jahre nutzen müssen, um endlich die Betreuungsrelationen zu verbessern. Denn die Zahlen werden zurückgehen und wir brauchen gute und verständliche Gründe, wie wir jeder Mama und jedem Papa und der Öffentlichkeit erläutern, dass wir Ressourcen brauchen, damit die Lehre besser wird. Also raus aus der Blase wieder. Herr Hesse. Ja, ich hatte eben überlegt, ob Herr Maygugel sich widersprochen hat. Aber das kann ja per Definition gar nicht sein. Vielleicht hat er aber trotzdem mit beiden Aspekten recht. Erst am Anfang hat er gesagt, jede Hochschule muss seinen eigenen Weg finden. Und dann hat er ganz vehementer flöplädiert, dass es eine länderübergreifende Strategiekonzept, ich weiß gar nicht, was dann das wäre, ein länderübergreifendes irgendwas gibt. Also ich glaube schon, dass jede Hochschule seinen eigenen Weg finden muss, innerhalb eines gewissen Rahmens. Und wenn ich jetzt hier unten sitzen würde, hätte ich mich jetzt gefragt, ja, was wollen die? Die einen sagen Strategie brauchen wir, die anderen sagen Strategie brauchen wir nicht. Dann geht es um Konzepte. Also ich glaube schon, dass es gewisse Ideen geben sollte, welche sinnvollen Entwicklungen da sind. Frau Quendet-Thielen hat heute Morgen davon gesprochen, dass es Maßnahmen geben soll, die fundiert sind, die wirkungsvoll sind. Und ich glaube, es muss einen Überblick geben über sinnvolle Ideen, sinnvolle Möglichkeiten. Natürlich keine Vorschrift, was die einzelne Hochschule macht. Es ist keine Vorgabe, was jeder machen soll. Aber es muss eben diesen Raum von sinnvollen Maßnahmen und auch von entwickelten neuen Ideen geben. Dann bin ich von Strategie und Konzept weg. Und wer steht denen bereit in den Raum? Ja, das ist die interessante Frage. Bisher, und deswegen habe ich so gestutzt, als diese Formulierung kam, jede Hochschule muss seinen eigenen Weg finden. Was wir im Augenblick vorliegen haben, ist doch eine, und auch das hat der Meyer-Gugel gesagt, UMTS-Mittel haben zu vielen Inseln geführt. Unmengen von Inseln einzelner E-Learning-Aktivitäten. Manchmal auf Länderebene, ein bisschen mehr koordiniert, manchmal nur auf Hochschulebene. Und es gibt keine übergreifende Strategie. Es gibt nicht mal eine sinnvolle Abstimmung in dem Ganzen. Deswegen bin ich ja völlig bei Herrn Meyer-Gugel, wenn er sagt, wir müssen länderübergreifend denken. Lassen wir Strategie und Konzept mal weg. Also mit Herrn Meyer-Gugel und eigentlich nicht mit Frau Bauer, die sagt, dass irgendwie diese länderübergreifende grundsätzliche... Die haben ja alle recht. Wir müssen nur gucken, welchen Aspekt wir rausgreifen. Das ist doch schön, eine Runde, wo alle recht haben. Herr Vollmering zunächst und dann Herr Krausch. Ich meine, Frau Bauer hat jetzt gerade die Tonlage angesprochen, aber die Tonlage muss ja auch mal so sein, dass wir trotzdem auch mal kritisch auch anmerken dürfen, auch aus Sicht des Bundes, wenn etwas nicht läuft. Wir haben jetzt die große BAföG-Reform gemacht und wir haben die Länder in vielen Bereichen auch entlastet. So, mit der Maßgabe, dass gesagt worden ist, all das Geld, was jetzt durch die Übernahme der BAföG-Mittel, die der Bund halten wird, was jetzt dann letztendlich für die Länder frei wird, muss in die Hochschule gehen beziehungsweise in den Schulbereich und in den Bildungsbereich. Was ist denn jetzt... In Baden-Württemberg machen Sie es vorbildlich. In Hessen machen Sie es auch vorbildlich. So, ich komme jetzt aus Nordrhein-Westfalen und es bringt doch jetzt nichts, dass ich jetzt darauf verschweige. Wie hat denn Nordrhein-Westfalen da reagiert? Nordrhein-Westfalen hat einfach die Ansätze für bestehende Projekte irgendwie erhöht, in dem Wissen, dass die letztendlich die Mittel alle gar nicht abgerufen werden, führt dazu, dass dadurch Herr Walter-Beuernster seinen Haushalt sanieren kann und da kommt an der Hochschule letztendlich gar nichts an. So, und das sind natürlich Sachen, die dann auch zu Problemen auch führen und wo sich dann natürlich Bundespolitiker an der einen oder anderen Stelle dann auch schon auch fragen, wenn wir jetzt schon den Ländern auch helfen und wenn wir dann auch gemeinsame Strategien entwickeln und wenn wir auch über eine Strategie die digitales Lernen auch reden, dann erwarten wir allerdings bitte auch, dass man sich auch an entsprechende Vereinbarungen auch mal hält. Das ist jetzt kein Wurf in Richtung Baden-Württemberg, aber die Debatte darüber müssen wir ja auch trotzdem auch führen, was ja Realität auch letztendlich ist. Vielleicht kann man als Bund die Debatte auch andersrum denken, dass vielleicht es keine gute Idee ist, künftig, wenn man viel Geld zu vergeben hat, den Ländern einfach ohne genaue Bestimmung das Geld zu geben. Vielleicht ist das, was man daraus lernt, dass man nicht einfach die BAföG-Milliarden rüberschiebt, sondern sagt, okay, wir nehmen das Geld und machen bestimmte Projekte damit. Das ist nur eine Anmerkung am Rande, was man auch daraus lernen könnte. Herr Krausch. Ja, zunächst muss ich natürlich sagen, dass in Rheinland-Pfalz das auch vorbildlich gemacht worden ist, was uns sehr gefreut hat. Das Geld kam zu 100 Prozent an den Schulen und Hochschulen an, genauer gesagt zu 30 Prozent an den Schulen und zu 70 Prozent an den Hochschulen, so wie auch die BAföG-Empfänger verteilt sind. Aber das löst das nordrhein-westfälische Problem nicht, für das ich allerdings auch nichts kann. Das ist gut, weil ich nehme das gleich auf. Ich wollte nämlich das gleiche Argument für etwas ganz anderes benutzen. Ich würde gerne ein bisschen konstruktiver werden. Also bevor wir jetzt auch die BAföG-Millionen diskutieren, ist ja die Frage, war ja auch Ihre Frage eingangs, was nehmen wir denn jetzt mit und was ist denn zu tun? Und ich halte zum Beispiel so etwas wie eine bundesdigitale Lehrstrategie für äußerst fragwürdig, schon allein wegen Artikel 5 des Grundgesetzes. Meine Professorinnen und Professoren werden sich bedanken, wenn in irgendeiner Strategie steht, was sie tun sollen. Das dürfen wir Ihnen nämlich nicht vorschreiben. Aber Frau Bauer hat einen Punkt schon gesagt, das war das Hochleistungsrechnung. Richtig, das ist einfach wegen der großen Volumina, die zu investieren sind, eine Aufgabe, wo Bund und Länder sich einigen müssen. Da haben wir Wissenschaftsrat oder wer auch immer sich darum kümmern kann. Das Zweite ist, das hatten Sie vorhin auch gesagt, die Länder zunächst mal sind in der Gesetzgebungspflicht, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Also Kapazitätsrecht. Das können wir nicht machen. Wir können das nachher füllen. Wir können Angebote machen. Das können die Professorinnen und Professoren der Universitäten machen. Aber wir müssen denen irgendwie sagen, sorry, aber das ist doch leider nicht anrechenbar auf eure neuen Semesterwochenstunden, die ihr lernen müsst. Also das sind Dinge, die geklärt werden müssen. Das geht aber wiederum weit über die Digitalisierung heraus. Wenn wir heute über Qualitätsrecht reden, dann müssen wir darüber reden, wie ist es mit Masterstudiengängen, wie ist es mit kostenpflichtigen Masterstudiengängen, was unterscheidet die beiden. Gerade digitale Angebote holen ja auch Leute aus der Berufswelt rein, in das lebenslange Lernen. Wenn die zwei Jahre im Beruf waren, müssen sie für die gleiche Veranstaltung was zahlen. Der konsekutiv Studierende, der gerade aus dem Bachelor kommt, muss dafür nichts zahlen. Ich meine, das geht ja nicht. Das ist offensichtlich blödsinnig. Da sind Sie wieder bei dem Punkt, dass eine reine Digitalisierungsstrategie zu kleinteilig wäre, weil eben viele Punkte mit reinspielen. Aber das Kapazitätsrecht ist ein Thema, das muss politisch gelöst werden. Das muss auf Länderebene gelöst werden. Und wahrscheinlich finden wir noch zwei, drei andere Dinge, da hätten wir es gefunden am Ende dieses Tages. Ich werde Sie am Ende des Tages auch noch mal fragen, was wir aus all dem jetzt mitnehmen für die zweite Halbzeit des Hochschulforums Digitalisierung, dass wir wieder ein bisschen auch den Blick weniger global richten auf die nächsten Monate, die anstehen und auf Fragestellungen. Vorher möchte ich noch einen Gesichtspunkt mit reinbringen, und zwar die Sammlung von Daten, die Verwaltung von Daten, die Datensicherheit und so weiter. Herr Nosowitz, These 10 in dem Diskussionspapier. Durch Daten-Massenanalysen kommt man zum besseren Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Finden Sie das super, wenn die Hochschulen jetzt anfangen würden, irgendwie massenhaft Daten von Lernenden abzugreifen und zu sagen, dadurch entwickeln wir die ultimative Lehrmaschine? Also ich glaube, das ist einerseits rechtlich gar nicht zulässig. Darum steht ja auch bei einer anderen These drin, man muss das Datenschutzrecht ändern. Also das kann man sowieso mal ändern. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Sammlung von Daten allein da nicht viel bringt. Dann müsste man auch noch wieder ganz viele Leute haben, die das auswerten und das noch in diese Digitalisierungsstrategie mit einbauen. Also man kann Daten, wenn man glaubt, es sind zu viele, sie ja auch einfach nicht erheben. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich glaube, wenn man als Lerner nicht selber ein Teil von diesen Datenauswertungsprozessen ist, dass man sich selber sagt, ich will jetzt irgendwie Informationen zu dem und dem Bereich und die bietet mir irgendwie, ich bekomme das eine Statistik angeboten oder ich kann sehen, ob ich jetzt besser oder schlechter bin als andere oder es wird überhaupt irgendwie Feedback gegeben, dann glaube ich, ist das was Tolles. Aber jetzt eine riesige Maschine, wie Sie das gesagt hatten, auf die einzelnen Lehrverhalten loszulassen und dann irgendwie ganz kompliziert herauszufinden, wie man jetzt am besten lernt, glaube ich, ist sehr schwierig. Und ich glaube, das ist dann auch der Punkt, wo viele Lerner sich sagen, ich habe da jetzt Bedenken dabei, ich weiß gar nicht, was überhaupt alles über mich dort herausgefunden wird. Das ist dann gefährlich. Herr Mayer-Guckel, dann Frau Bauer. Also wir müssen auch hier mal aus diesen ewig gleichen Argumentationsmustern rauskommen. Was doch klar ist, wenn wir diese Dinge zum Einsatz bringen, müssen wir irgendwann mal feststellen, ob sie überhaupt was nutzen. Das können wir nur, indem wir analytische Verfahren daran hängen, Forschungsdesigns daran hängen. Natürlich wird das nicht so laufen, dass man jetzt plötzlich eine gesamte Hochschule über alle Studiengänge, alle Studierende verpflichtet, sich jetzt diesem Lerner-Analytics-System zu unterwerfen. Aber wir brauchen, und das kann der Bund durchaus initiieren, mal drei, vier Lernlabore, wo sich interessierte Studierende reinbegeben und sagen, ja, das interessiert mich auch, wie ich am besten lerne. Ich habe das noch nicht erfasst. Die wissen, dass ihre Daten dafür hergenommen werden, das freiwillig machen. Und dann ein Konsortium von unterschiedlichen Disziplinen mal da raufschauen und sagen, was bringt das eigentlich? Und erst dann, und das ist übrigens der Benefit, den Sie auch noch angesprochen haben, wir haben gesagt, Zeiterspannung könnte sein, glaube ich am Anfang nicht, ist eher aufwendig. Aber neue, interessante Forschungsfragen und auch Lösungen, was einzelne Disziplinen, die bisher echt so ein bisschen am Rande sind, die Bildungsforschung, die klagt immer, dass sie kein Geld bekommen. Jetzt könnten sie mal richtig viel Geld bekommen, weil sie richtig viele Daten erheben könnten. Warum machen die das eigentlich nicht? Zusammen mit den Hirnforschern, zusammen mit den Psychologen und so weiter. Also ich sehe da ganz neue Forschungssettings für Disziplinen, die sich oft unterrepräsentiert fühlen in der Deutschen Forschungsland. Und das wäre jetzt wirklich mal ein Feld, wo wir Aufklärung brauchen und wo dann auch die Ergebnisse zeitigen müssen, ob es tatsächlich sinnvoll ist, sowas zum Einsatz zu bringen, flächendeckend oder auch nicht. Direkt dazu? Ja, aber es ist doch nicht so schwierig herauszufinden, ob das jetzt was bringt. Ich kann ja einfach Leute konventionell lernen lassen und digital und dann schreiben wir die gleiche Prüfung und dann sehe ich, ob da die besseren Noten rauskommen oder nicht. Frau Bauer. Also wie auch immer im Einzelnen man solche Prozesse aufsetzt. Ich bin an dem Punkt der Auffassung, dass wir in Deutschland dringend, dringend umdenken müssen an dem Punkt, wie wir mit dem Thema Big Data umgehen. Das wird jetzt diese Frage der Bildungsforschung angehen, geht dabei ja andere Fragen auch an. Ich bin überzeugt davon, man kann die Medizin, den medizinischen Fortschritt heute nicht mehr denken, ohne dass man sich offensiv dem Thema Big Data stellt. Ich bin überzeugt davon, dass wir die Geisteswissenschaften ganz anders agieren können lassen, die Sozialwissenschaften übrigens noch viel stärker, wenn wir Zugänge zu Daten schaffen und die Rechte einräumen und die Möglichkeiten eröffnen, dass man die Daten aufbewahren kann, kombinieren kann, weiterverwenden kann. Sind Sie da im grünen Mainstream an der Stelle? Ich bin zumindest im grünen Vorreiter-Denken. Also eher grüne Vorreiterin als Mainstream, sagen wir es mal so. Aber das Nachdenken darüber hat wirklich eingesetzt. Wir können, wenn wir sozusagen da nur die Bedenken drehen und wenden, die einen da ja legitimerweise kommen. Also selbstverständlich gibt es Datenschutzfragen, die da berührt sind und heikle Fragen für unsere Gesellschaft. Wir können aber nur einen Umgang damit finden. Wir müssen Antworten auf die Datenschutzfragen finden, damit wir Big Data nutzen können. Wenn wir diese Fragen nicht bearbeiten, dann wird Forschungsqualität in andere Teile der Welt abwandern, weil wir unserer eigenen Wissenschaft wirklich das Kapital entziehen, mit dem man heutzutage forschen kann. Und ich glaube, da muss man mit einer anderen Deutlichkeit das Thema bearbeiten und auch Forderungen nach Veränderungen in den Raum stellen. Und vielleicht kann man es an so ganz konkreten Beispielen machen, die den Studierenden, die Studierenden da auch mitnehmen, zu zeigen, betrifft uns alle, betrifft uns im Verkehr, betrifft uns beim Lernen, betrifft uns in der Medizin. Wir müssen diese Fragen durchdenken, damit wir Datenschutz und Zugang zu Daten voranbringen. Bis hin zur EU brauchen wir dringend das Signal, dass wir nicht unter dem Label von Datenschutz ganz Europa von der Verarbeitung von Daten und den neuen Möglichkeiten abschneiden. Ja, bitte. Zunächst Herr Vollmering und dann sind Sie im Publikum erstmal dran. Ich muss sagen, dass das eine oder andere jetzt ja auch auf den Weg gebracht ist. Also es findet jetzt das Projekt Abida statt, was jetzt mit 6,4 Millionen in den nächsten vier Jahren vom BMBF auch gefördert wird. Es wird jetzt zwei Big Data Kompetenzzentren in Berlin und Dresden auch geben. Wir haben das Programm Selbstbestimmtes Lernen in der Welt. Da spielt es ein Schwerpunkt, eben auch die Frage des kompletten Datenverkaufs. Datenschutz ist, das sind schon auch Punkte, die der Bund durchaus auch schon aufgenommen hat. Das muss man natürlich dann auch verkaufen. Also was ich jetzt ja auch hiermit getan habe. Also erkannt ist das schon. Es braucht natürlich nur seine Zeit, bis ich die Ergebnisse da auch habe. Aber das will ich nur zur Vollständigkeit dann auch sagen, dass dort das BMBF das eine oder andere mit Sicherheit ja auch schon auf den Weg gebracht hat. Und das geht ja auch noch weiter mit der Frage, wo wir ja im Koalitionsvertrag gesagt haben, dass wir ein Internetinstitut auch haben, was sich diesen gesamten Fragen auch mal stellt. Wie gestalten wir das letztendlich? Was für ein Internetinstitut ist das? Das ist letztendlich all das, was mit Internet-Digitalisierung zusammengibt, gibt es noch nicht. Ach, der Koalitionsvertrag wurde noch abgearbeitet an der Stelle. Das gibt es hier in Berlin und wird von Google finanziert. Nein. Aber heißt das, das kommt noch, Herr Vollmering, das Internetinstitut? Ja, klar wird das noch kommen. Okay, gut. Also da arbeiten wir gerade in der Koalition auch dran. Also wir arbeiten den Koalitionsvertrag schon Punkt für Punkt ab. Und ich meine, wir haben jetzt, die Koalition hält vier Jahre, wir haben jetzt knapp die Halbzeit. So ein bisschen Zeit hat man da noch. Also wir sind da durchaus auch schon auf dem Weg. Und Sie begleiten diesen Prozess ja auch. Also Sie haben ja auch noch nicht alles von dem, was Sie jetzt hier beschlossen haben und in Ihren 20 Thesen veröffentlicht haben, haben Sie auch noch nicht umgesetzt an den Universitäten. Also von daher kann ich den Ball da genauso gut zurückspielen. Also von daher bin ich mal gespannt, was dann von Ihnen dann noch kommt. Dann spiele ich den Ball jetzt mal weiter ins Publikum, wenn jetzt nicht ganz dringend hier oben Redebedarf besteht. Ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt eine ganze Menge Fragen bei Ihnen ergeben haben. Wenn es geht, kurze Fragen, damit wir vielleicht mehr als zwei, drei Leute rannehmen können. Möglichst wenig Kommentare, wenn dann nur ganz kurze Kommentare, sodass wir dann die Möglichkeit haben, wirklich noch eine breite Diskussion hinzubekommen. Es müsste eigentlich auch ein Mikro unterwegs sein. Haben Sie es irgendwo gesehen? Sonst mache ich mich auf den Weg. Wie sieht es aus? Kommt. Kommt. Und die erste Frage. Achso, Sie haben schon eine Frage. Ja, genau. Sagen Sie noch mal kurz Ihren Namen dazu, auch wenn Sie es schon mal gesagt haben. Philipp Höllermann, Internationale Hochschule Bad Honne, private Hochschule, insofern vom Artikel 5 nicht so stark betroffen wie andere Einrichtungen, zum Glück. Denn da war meine Liste mit dem Bullshit-Bingo ehrlich gesagt voll. Der Artikel 5 hält ja für jede Menge her, aber der Artikel 5 kann auch nicht dafür herhalten, mit einer modernen Technologie sich zu verweigern. Die Arbeit mit einer modernen Technologie sich zu verweigern. Ich glaube nicht, dass ein Professor mit gutem Gewissen eine Schiefertafel nehmen kann und argumentieren kann, das sei seine Freiheit in Lehre und Wissenschaft. Und haben Sie das Gefühl, das passiert viel? Ja, natürlich. Dieser Artikel 5 gilt immer wieder als Top-Eingriffsverhinderung im Bereich E-Learning. Und das Zweite, was ich sagen wollte zur Strategie. Wer sagt, man braucht keine Strategie, der muss mal an die Stellen gucken, wo eine Hochschule kein starkes Rektorat hat oder keine starke Leitung hat, die Digitalisierung befürwortet. Dann gibt es überhaupt keine Möglichkeit auf irgendeiner Ebene wirklich mit Elan diese Digitalisierung zu verfolgen. Mit einer Strategie habe ich wenigstens ein Papier, auf das ich verweisen kann, wenn ich nicht eine Leitung habe, die ich im Rücken habe. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der diese Strategie auch wirklich leisten kann, wo wir was bewegen können. Und an der Uni Mainz sind vier verschiedene Learning Management Systeme im Einsatz. Das kann natürlich eine Strategie sein, aber das kann auch davon zeugen, dass die Strategie doch nicht so weit geht, wie man denkt. Alles klar. Ich glaube, die Frage geht jetzt eindeutig an Herrn Krausch in mehrfacher Hinsicht. Also bis dahin, dass bei dem, was Sie jetzt gesagt haben, doch auch ein Professorenbild durchdringt, was jetzt nicht nur eins von Innovationsfreude ist. Wie ist das so mit Ihrem Professorenbild bei Ihnen an der Uni? Wir haben natürlich tolle Professoren, aber ich möchte gerne darauf antworten. Jetzt bin ich kein Jurist. Ich kann die Frage nach dem Grundgesetz nicht beantworten. Ich kann Ihnen aber sagen, dass es Schiefertafeln gibt. Also Sie haben offenbar keine Mathematik studiert, aber die Mathematiker und nicht nur die Mainzer legen großen Wert darauf, Ihre Vorlesungen an den Tafeln zu entwickeln. Ich bin sicher, dass das nicht nur bei uns so ist. Und ist das gut und soll das so bleiben? Das ist eine Fachkultur, das hat was mit Geschwindigkeit des Nachdenkens zu tun, mit Komplexität dessen, was man an die Tafel schreibt und so weiter. Ich weiß es nicht. Ich habe nie den Bedarf gehabt, unsere Mathematik ist sehr gut, ich habe nie den Bedarf gehabt, da irgendwie einzugreifen. Ich glaube nur, und das ist ja das, was wir aus der ganzen Evaluationsgeschichte lernen, Sie evaluieren und ein Dozent macht dann ziemlich einen Blödsinn und so, was können Sie machen? Sie können dann hingehen und sagen, die Studenten sind der Meinung, Sie machen ziemlich einen Blödsinn, an der und der Stelle können Sie sich mal besser machen. Und dann kann der sagen, ja, ich werde mich anstrengen. Oder der kann sagen, stimmt, ich verwende jede Woche unterschiedliche Sets, mal normalen Buchstaben, mal griechische, weil das ja nur Platzhalter sind für die physikalischen Symbole und weil genau das sollen die Studierenden lernen. Das war didaktisch eine Katastrophe, da würden alle Didaktiker einstimmen, aber man hat wenig, also rechtliche Möglichkeiten. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man keine Strategie haben soll und meins hat, glaube ich, eine ganz starke Hochschulleitung. Wir haben auch Strategien, aber wir haben keine Digitalisierungsstrategie, die Digitalisierung selbst als Dimension sozusagen quer durch alle sonstigen Themen der Universität zur Strategie erhebt. Wir haben halt eine Forschungs- und Lehrstrategie. Da ist so viel vielleicht dazu. Kurz nachgefragt, aber wenn Sie eine starke Hochschulleitung sind, warum sagen Sie Ihren Professoren nicht, jetzt macht mal. Macht mal ein bisschen digital. Also wir machen das ein bisschen anders, weil wir haben uns übrigens unterstützt, war es nicht auch vom Stifterverband, dem Thema Führung an Hochschulen gewidmet, haben einen Preis dafür gewonnen, haben eine universitäre Leadership entwickelt. Deswegen sagen wir nicht, komm, mach mal, sondern haben andere Instrumente, das zu tun. Aber selbstverständlich reden wir. Wir haben ein Exzellenzgremium, was sich damit beschäftigt, moderne Lehre weiterzuentwickeln, innovative Lehrformate zu entwickeln. Selbstverständlich. Und das wird an einem Dies Legendi, da haben auch kaum eine Universität, ein Tag der Lehre, so wie der Dies Akademikus für die Forschung da ist, ein Tag der Lehre, einmal im Jahr wird das vorgestellt der Universitätsöffentlichkeit. Da werden die besten Projekte prämiert und dargestellt. Also es passiert schon ein bisschen was, aber das ist die Art und Weise, Einfluss zu nehmen und nicht zu kommen und zu sagen, mach mal, zumal ich nicht mal Dienst vorgesetzt bin. Und das ist die Frau Ministerin. Herr Hesse, und dann die nächste Frage. Vielleicht nur ganz kurz. Also ich glaube, niemand sollte fordern, dass es eine Digitalisierungsstrategie gibt. Es geht um die Funktionalitäten, die mit den modernen Technologien und in der Entwicklung des 21. Jahrhunderts möglich sind. Und wenn es digitale Tools sind, nimmt man die. Und wenn es die Tafel ist, und das ist in vielen Fällen aus eben genannten Gründen sinnvoll, dann nimmt man was anderes. Ich glaube, es geht nur um die Funktionalitäten. Und dann noch vielleicht ein Hinweis auf diesen Artikel 5. Ich bin auch kein Jurist. Ich glaube, man kann keinen Hochschullehrer zwingen, ist sowieso schon die falsche Formulierung. Man muss Anreize schaffen, man muss Motivationen schaffen. Wenn wir irgendwas aus dieser MOOCs-Welle gelernt haben, dann war das ein geniales Marketing, was da stattgefunden hat. Dann haben sich plötzlich europaweit Hochschulrektoren und Präsidenten für das Ganze interessiert, die sich früher nie für E-Learning interessiert haben. Also, wenn man von MOOCs nicht viel hält, kann man von der Marketingstrategie von MOOCs ganz, ganz viel lernen. Und das muss man, glaube ich, auch im Hinterkopf haben, dass es sehr starke Top-Down-Komponenten auch geben muss, im Sinne von Erwünschtheit und Vorbild und Pilotierung und Ähnliches. Und dass es dann von den Prestige-Universitäten ausgegangen ist und nicht von irgendwelchen kleinen Inseln. Die nächste überraschende Erkenntnis ist eben, dass Top-Down-Elemente heute befürwortet werden. Das finde ich neben der Tatsache, dass Frau Bauer sich für einen laxeren, ich vereinfache jetzt ja, Datenschutz einsetzt, finde ich das durchaus zwei interessante Erkenntnisse. Die nächste Frage, der nächste Kommentar. Sind Sie jetzt alle schon ganz erschlagen von der Schwere? Oder da ist Herr Persicke. Ja, Malte Persicke, Uni Mainz auch. Mein Vorschlag für das Inhalteinstitut, nennen Sie es Neuland. Ich glaube, wir können den Kommentar von Frau Bauer, den fand ich ganz spannend, dass die Hochschullehrenden einfach durch neue motivierende Lehrtätigkeiten, durch vielleicht auch das Wahrnehmen von positiven Studierendenrückmeldungen und so weiter, durch die Mittel, die wir jetzt inzwischen haben im Rahmen der Digitalisierung, dass wir mehr Spaß haben an der Lehre. Dem hat Herr Krausch das Argument entgegengesetzt, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, um ordentlich Lehre zu machen. Den Eindruck habe ich auch gewonnen, wenn ich hier die einzelnen Foren durchgeschaut habe, dann sind neue Lehrstrategien immer mit mehr Zeit und mehr Arbeitsaufwand für die Lehrenden verbunden, als mit weniger Zeit und Arbeitsaufwand. Aber auch für das Marketing, wenn man den Professoren verkaufen will, dass Digitalisierung eine schöne Sache ist. Absolut richtig, sehe ich ganz genauso. Insofern meine Frage, wie kriegen wir es hin, dass Hochschullehrende und auch solche, die vielleicht noch nicht auf Dauerverträgen sitzen, trotzdem sagen, ich möchte Zeit und unter Umständen viel Zeit in eine gute Lehre, in eine gute Ausbildung meiner Studierenden investieren und die Zeit, die ich habe, eben nicht in das Schreiben von Forschungsanträgen und Forschungspapers stecken. Wie kriegen wir das hin? Das ist jetzt die Frage. Mal gucken, ob da jemand eine Antwort hat auf die Frage. Wir haben das schon seit vier Jahren die Antwort. Das ist ein Förderwerk Hochschullehrer, die wir genau wie die DFG für solche Projekte entweder Geld oder Freisemester oder sonst wie Projektmittel zur Verfügung stellt. Das gibt es nicht. Das gibt es nur im Rahmen von irgendwie koordinierten und zeitlich befristeten Ausschreibungen. Aber das gibt es nicht in einer peer-getriebenen und auch so bewerteten Umfeld. Wäre schon mal ein großer Schritt nach vorn. Ich glaube wirklich, ich habe gestern eine MOOC-Produzentin erlebt aus Italien, die in einem von unseren geförderten MOOCs gesagt hat, es war das reinste Chaos. Wir sind vollkommen überfordert gewesen, das, was wir uns vorgenommen haben, zu machen. Aber die war so begeistert von dem Resultat. Das hätten sie mal erleben müssen, weil plötzlich die ganze Community irgendwie gesehen hat, die Produzenten sind völlig überfordert. Jetzt helfen wir denen mal, indem wir selber Teacher werden, indem wir selber Teile gestalten, indem wir kollaborativ uns bewerten lassen und kollaborativ zusammenarbeiten. Und plötzlich wurden die entlastet. Und dieses ganze Erlebnis war für die sozusagen, ich weiß nicht, war schon ein erotisch-pädagogisches Erweckungserlebnis. Soweit zu den gelangweilten Hochschullehrern, die in ihren Klassenraum gehen, weil sie sonst keine Zeit mehr haben. Es scheint auf jeden Fall eine tolle Woche zu sein. Herr Krausch. Ich wollte nur, Herr Persicke, Ihnen muss ich das nicht sagen, weil Sie es wissen, aber ich sage es den anderen, dazu sagen, wir haben ja in Mainz ein Instrument, was das zumindest punktuell macht. Forschungsfreisemester kennen wir alle. In Mainz gibt es Freisemester von der Lehre für die Lehre. Man kann sich also vom Alltagsgeschäft der Lehre befreien lassen, kriegt entsprechend Geld, dass die Studenten versorgt sind und kann sich dann einem innovativen Lehrprojekt mit aller Zeit der Welt widmen. Das geht natürlich nur punktuell. Dieses Kollege hat ein Finanzvolumen von etwa einer Million Euro pro Jahr, aber immerhin ist es mal ein Anfang, den man selten findet in der deutschen Hochschullandschaft. Aber das ist selten. Das ist schon sehr innovativ. Nochmal, also das ist selten und innovativ. Genau dieses Konzept, also frei zu haben für die Lehre, das ist nicht selbstverständlich. Das gibt wenige Nachfolger oder wenige Parallelen, denke ich. Auch wiederum ein Grund, warum dieses Hochschulforum eine sinnvolle Sache ist, weil man dann zum Beispiel auf solche Dinge kommt, wo man sagt, das ist selten, das ist innovativ, hat man vielleicht noch nichts von gehört und darüber ins Gespräch kommt. Gibt es weitere Fragen, weitere Anmerkungen? Wir haben noch Zeit für mindestens ein, zwei Fragen, wenn Sie möchten. Sonst geht meine Frage hier nachher an meine Mitgesprächspartner zurück, was das denn jetzt alles für das Hochschulforum bedeutet. Aber zunächst nochmal an Sie den Ball geworfen. Da hinten ist eine Frage. Das Mikro kommt. Danke schon, ist schon weniger anstrengend. Stefan Wiesbauer, Lekturien nochmal. Ganz spezielle Frage zum Kontext Flüchtlinge, wo Sie ja alle irgendwie wieder eine andere Perspektive haben. Ich bin neugierig, ob die Uni Mainz da auch schon betroffen ist. In der Politik macht man sich sicher Gedanken. Haben Sie da konkrete Pläne, Beispiele, wie man mit dieser ganzen Problematik umgeht. Wir machen zum Beispiel Videolernen. Ich denke mal irgendwie Videolernen mit syrischen Untertiteln könnte ja helfen. Aber irgendwie ist es eine spannende, offene Frage für mich. Gerade heute ging ja auch in den letzten Tagen gegen das Beispiel der Kiron-Universität durch die Medien als Möglichkeit, über Crowdfunding eventuell da Strukturen aufzubauen, wie eben Flüchtlinge, die keine Papiere bisher haben, universitäre Erfahrungen sammeln können, dann später an, Anführungszeichen, normale Universitäten und Hochschulen zu wechseln. Aber die Frage an Herrn Krausch vielleicht zunächst, ist das ein Thema, sicherlich ein Thema, worüber Sie in Mainz im Augenblick viel reden? Das ist ein Thema, über was wir in verschiedener Hinsicht reden. Wir haben der Stadt Mainz zum einen Wohnraum angeboten, den wir am Campus noch haben. Dort werden vermutlich Wohngruppen reinkommen von Jugendlichen, die ohne Eltern hier angestrandet sind. Unsere Studierenden haben schon gesagt, dass sie sich da gerne beteiligen wollen, in vielleicht einer persönlichen Betreuung. Im Bereich Aufnehmen von Studierenden oder potenziellen Studierenden, das werden wir in Rheinland-Pfalz über die Studienkollegs abwickeln. So ist die Planung im Augenblick, das ist noch im Gespräch mit dem Ministerium. Das heißt, die Leute kommen in die Studienkollegs, sollen dort, wenn es nötig ist, sehr intensiv Deutschunterricht kriegen und dann eine ganz reguläre Zulassungsprüfung machen, so wie alle ausländischen Studierenden, sodass sie sich hinterher nicht mehr unterscheiden können, weil wir der Meinung sind, dass das für die Menschen, die kommen, das Beste ist. Frau Bauer, dann Herr Vollmering. Also ich erlebe zum Glück in unseren Hochschulen ganz große Aufmerksamkeit für das Thema und ähnlich wie in der Gesamtgesellschaft diese Bereitschaft, sich mit anzupacken. Wohlwissend, dass das ja nicht nur nett und schön ist, sondern auch sehr schwierig. Erlebe ich in unseren Hochschulen das Interesse, zu sagen, was können wir beitragen. Wir bauen inzwischen flächendeckend Strukturen auf und Beratungsexpertise, um die besonderen Fälle von Studierenden und von Flüchtlingen, die studieren wollen, auch kompetent beraten zu können. Ein Schlüsselthema ist, wie Herr Grausch schon sagte, die Frage, wie kann man schnell genug die entsprechende Sprachkompetenz entwickeln. Es ist wichtig, dass die Studierenden, die womöglich ja schon ein Studium begonnen hatten oder gar schon eins absolviert haben, dass sie die Zugänge zu intensiv angeboten haben. Wenn die die normalen Integrationskurse durchlaufen, verlieren sie Zeit und sie brauchen auf hohem Niveau Deutsch und sie müssen es auch schnell machen können. Dazu müssen wir entsprechende Strukturen jetzt aufbauen, damit wir die vielen begabten Menschen, die in unseren Einrichtungen sind, auf die richtige, sozusagen auf die Schnellspur auch bringen können. Und ich gehe jetzt mal davon aus, hoffe sehr, dass bei den Verständigungen in diesem Monat zwischen Bund und Ländern auch Ressourcen für Sprachkurse zur Verfügung gestellt werden. Und wir sollten dafür sorgen, dass es eine Extralinie gibt, die ankommt, hochschulnah, damit Deutsch für künftige Studierende ein eigener Zweig wird. Unsere Erfahrung in Baden-Württemberg, wir haben ja ein kleines Stipendienprogramm aufgelegt im letzten Jahr für syrische Flüchtlinge, einfach um mal Erfahrungen zu sammeln, wer ist eigentlich da, wie viele sind da, wie viel Interessen und wie viel Potenzial ist vorhanden. Wir wurden nahezu überrannt von Anträgen aus diesen Einrichtungen heraus und zwar qualitativ absolut hochwertigen Bewerbern. Wir haben mit dem DAAD zusammen entsprechende Bewertung der Papiere und auch Auswahlgespräche gemacht und wir waren bass erstaunt, wer da ist. Deswegen meine ich es die Aufgabe, die Menschen, die schon hier sind in unserem Land jetzt und die ja mit einigermaßen Wahrscheinlichkeit sogar bleiben werden, diese Menschen wirklich frühzeitig zu unterstützen, zu begleiten, dass sie hier erfolgreich einen Weg ins Studium oder eben auch einen Weg in den Arbeitsmarkt finden. Das ist eine hervorragende Investition. Ich glaube, ein Beitrag zu einem guten Zusammenleben hier, aber auch eine gute Investition bis hin zu den finanziellen Aspekten, mal ganz jenseits von den Gerechtigkeitsfragen, die da dran hängen. Herr Vollmering. Kann ich alles unterschreiben. Also die Fraktionen haben jetzt auch in dieser Woche ja getagt und es ist ja auch im Bereich der Bildungspolitik sicherlich das eine oder andere auch zu tun. Wir haben ja jetzt vor ein, zwei Tagen ja auch den, wir schaffen ja zum Beispiel auch die Dekade für Alphabetisierung. Ja, all das sind jetzt so Einzelmaßnahmen, die natürlich jetzt nochmal umgeswitcht werden in Teilbereichen, wo man eben auch die Früchtlings oder das gesamte Thema Integration von Flüchtlingen natürlich dann auch mit auf die Tagesordnung auch setzt. Ja, und da versucht man jetzt also auch mit Sicherheit in den nächsten vier, sechs Wochen, bis dann die Verhandlungen ja dann auch hoffentlich zum Abschluss gebracht worden sind, das eine oder andere auch mit Sicherheit auch aufzunehmen, um das letztendlich dann auch langefristig überzuführen, weil natürlich allen bewusst auch ist, welche Chancen und Herausforderungen damit auch verbunden sind und dass das mit Sicherheit eine Daueraufgabe wird. Aber das Thema ist mit Sicherheit komplett auf der Agenda. Herzlichen Dank auch, dass Sie diesen Punkt nochmal gebracht haben, weil das natürlich einer ist, der wirklich, wofür die Digitalisierung, E-Learning und all das perfekt geschaffen zu sein scheint, würde ich mal sagen. Wir machen jetzt eine kleine Abschlussrunde hier auf dem Podium. Wir haben jetzt hauptsächlich über Digitalisierung an den Hochschulen gesprochen, ohne immer den expliziten Bezug zu haben zum Hochschulforum. Das ist auch richtig so. Das Hochschulforum ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck. Aber wenn wir jetzt sagen, was ist der Zweck in der zweiten Halbzeit, wenn Sie jetzt also einen Wunsch äußern können, etwas mitgeben können, wo Sie sagen, ist alles schon schön und gut, was Sie jetzt gemacht haben, aber die verbleibende Zeit fänden wir es schön, wenn er vielleicht noch in die Richtung geht, euch um dieses oder jeden Aspekt kümmert. Also im Grunde nutzen Sie die Gelegenheit und geben Sie dem Hochschulforum vielleicht noch ein bisschen Hausaufgaben mit auf den Weg. Ich fange mal mit Herrn Hesse an. Also mein Plädoyer ist, glaube ich, ganz einfach. Mich würde es interessieren, wenn eine stärkere Konzentration auf das Lernen, auf die Wissensprozesse stattfinden könnte, wie kann man dazu beitragen, dass das Wissen leichter erworben wird oder in besserer Weise so erworben wird, dass es nutzbar wird und welchen Beitrag leistet da, leisten diese Werkzeuge, die mit Digitalisierung verbunden sind dafür. Ich würde sagen, für die Forschung würde ich mir keine Sorgen machen, dass man da Strategien braucht und ähnliches, glaube ich. Aber da ist die Motivation der Beteiligten so groß, dass da viel läuft. Für die Organisation rundherum, Studium, wo ich was nachgucken kann, ist auch schon viel geschaffen. Aber für mich bleibt übrig, die Unterstützung der Wissensprozesse und das vielleicht auch ein bisschen neu zu denken. Da würde ich mir Ideen wünschen. Herr Janusowitz. Ich würde Digitalisierung gerne an der Hochschule verwirklicht sehen und ich glaube, was das Hochschulforum dazu beitragen kann, ist herauszufinden, wo es denn eigentlich gerade hakt. Wir haben jetzt in dieser Runde sehr viel gehört. Wer etwas noch zu tun hat, wer schon etwas getan hat, ob das jetzt ausreicht oder nicht, ob das jetzt ein Problem ist oder nicht. Und ich glaube, das sind aber die grundlegenden Fragen, weswegen dann auch Herr Krausch sagt, wir machen das jetzt aber nicht oder es geht nicht oder wir können uns das nicht leisten. Und diese Fragen zu klären und damit dann zu erarbeiten, dass die Verantwortlichen ihr Verhalten an der Stelle ändern, um Digitalisierung der Hochschulandschaft zu ermöglichen, das glaube ich, kann dieses Forum leisten. Herzlichen Dank, Herr Janusowitz. Frau Bauer. Das Digitalisierungsforum ist ja in meiner Wahrnehmung das Forum, dass sozusagen die Vorreiter und die Vordenker in diesem Bereich zusammenbringt. Ich würde diese Kraft gerne nutzen, zu sagen, wie schaffen wir es, der Gesellschaft deutlich zu machen, der Hochschulöffentlichkeit, aber auch darüber hinaus deutlich zu machen, welche Brisanz und welche Relevanz in der Digitalisierung drinsteht und welcher Mehrwert für die Gesellschaft generiert werden kann und auch vielleicht muss und das Ignorieren eben auch Probleme schafft. Also an welchen Themen, an welchen Punkten kann man eigentlich Digitalisierung für die Menschen in einer Weise begreiflich machen, dass es die darüber rausgeht, über Technik und technische Lösungen zu reden. Ich glaube, das bleibt so lange kalt, so lange man denkt, das ist irgend so ein Nerd-Ding. Vielleicht also an den Fragen, an denen es sexy wird oder vielleicht auch ein bisschen, ja, also ein bisschen, weil es auch kontrovers wird, die Dinge rauszustellen und zu zeigen, deswegen brauchen wir für die Digitalisierungsfragen Antworten und Formate, weil es unsere Gesellschaft betrifft und die Menschen tagtäglich betrifft. Also stärker, meines Erachtens müssen wir etwas stärker an die Inhalte dieses Transformationsprozesses heranrücken und ein bisschen weniger Blick auf technische Formate und Lösungen lenken. Also im Grunde wieder dieses Thema raus aus der Blase hin zur Konkretisierung für die Leute vor Ort, die dadurch verstehen, was sie eigentlich davon haben, was es ihnen bringt. Herr Krausch. Ich muss jetzt erstmal ausprobieren, ob auch bei mir das Mikrofon ausgeht, wenn ich sexy sage. Nee, es geht nicht aus. Okay. Ich würde sagen, Herr Mayer-Guckel hat nachhaltig die Erotik in die Diskussion gebracht. Ja, ja, und jetzt reagieren die Leute da hinten und drehen immer sofort runter, wenn sie das sehen. Also auch wenn Herr Mayer-Guckel vorhin suggeriert hat, Herr Jekkel und ich wären dauernd hier, also ich habe an diesem Forum nicht teilgenommen bis jetzt, deswegen kann ich mich von den 20 Thesen auch distanzieren. Das will ich gar nicht tun. Von allen? Nee, ich wollte nur sagen, ich habe sie nicht gemacht und ich könnte sie auch nicht alle unterschreiben. Was ich wichtig finde für die Hochschulen ist, dass man Best-Practice-Beispiele hat, so viele wie möglich. Genau wie Sie es vorhin sagten, Herr Mayer-Guckel, dass man nicht immer das Rad neu erfinden muss, dass man voneinander abgucken kann und da ist eine Menge. Es sind ja nicht nur die großen Vordenker hier, sondern es ist auch viel Praxis einfach ganz offensichtlich hier. Das konnte man merken bei den Gesprächen vorhin und die Wirkung nach draußen, glaube ich, wird am größten sein, wenn man nicht 20, sondern vielleicht 5 Handlungsforderungen oder wie auch immer formulieren, da muss was getan werden, das können wir nicht als Hochschule und das sozusagen in die Politik als Aufgabe gibt. Herr Mayer-Guckel. Also erstmal will ich mal deutlich machen, dass wir auch schon eine Menge erreicht haben und das sind jetzt nicht 13 Arbeitspapiere, die da ausgestellt sind. Das ist noch der geringste Effekt. Wenn Sie mal in die Ministerien hineingeschaut haben, wie das Wissen um das Digitale dort verteilt war, vor einem Jahr, dann glaube ich, hat sich da inzwischen ein Sortierungsprozess entwickelt, der erstens bemerkenswert ist und ich glaube auch ein bisschen hier angestoßen wurde von dem, was hier passiert. Nicht zuletzt ist es ja auch ein Phänomen, dass hier KMK-Mitarbeiter in den Themengruppen drin sind, dass der Bund in der Lenkungsgruppe ist, dass die KMK in der Lenkungsgruppe ist. Das ist schon mal, glaube ich, Also ein Fortbildungsprogramm für Ministeriale. Ja, aber das ist genau, was ich meine. Wir brauchen keine Fortbildung für die 70 Experten. Die wissen, was sie machen und die wissen, wo sie hinwollen. Aber wir brauchen in der Tat jetzt den Dialog mit denjenigen und das fängt bei den Hochschulpräsidenten an, um es mal ganz deutlich zu machen. Also wenn Sie sehen, wie das jetzt flächendeckend in der Hochschulrektorenkonferenz diskutiert wird, abgesehen von denjenigen, die sozusagen delegiert sind dafür, für dieses Thema, dann ist das auch noch nicht so, wie es eigentlich sein könnte. Und ich glaube, das ist der nächste Schritt, das zu leisten. Und da will ich nochmal auf das hinweisen, was mir eigentlich auch schon bei meinem ersten Satz hier ein Anliegen war. The digital turn ist nicht eine Sache, die jetzt irgendwie nur die Hochschulen betrifft. Und ich glaube, die Ministerin hat es nochmal deutlich gemacht, es betreibt uns ja auch beide um. Die Gesellschaft verändert sich. Wissensprofile, die Beziehung zwischen Mensch und Maschine, um es mal ganz allgemein auszudrücken. Also was wird in Zukunft die Maschine leisten können, einschließlich der Wissensmaschinen, die wir alle rumtragen. Und was müssen wir noch leisten in einem Korrelationsverhältnis, das Sie eben beschrieben haben. Das gilt es irgendwie auch deutlich zu machen. Und das versteht der Einzelne dann auch, weil es sein tägliches Leben betrifft und irgendwie den Alltag auch reflektiert. Und nur dann kann man deutlich machen, warum sich die Hochschulen ändern müssen. Denn mit abstrakten Agenten ist da nichts zu machen, glaube ich. Herr Vollmering. Ja, für mich war das jetzt besonders sexy, dass alle schon das gesagt haben, was ich irgendwie auch hätte sagen wollen. Von daher kann ich mich meinen Vorrednern anschließen und kann einfach die Gelegenheit nutzen, Ihnen natürlich auch mal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön zu sagen für die Arbeit, die Sie jetzt auch schon geleistet haben, die ja wirklich bereichernd auch ist. Und von daher machen Sie da einfach weiter so, konkretisieren Sie den einen oder anderen Punkt vielleicht dann noch mit konkreten, mit Forderungen dann auch an die Politik. Und ansonsten herzlichen Dank dafür. Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Also ich würde sagen, ich nehme jetzt eigentlich drei Hauptaufgaben mit aus dem, was wir jetzt diskutiert haben und gehört haben. Das eine ist dieses Thema Multiplikatoren, also ein bisschen flapsig gesagt Fortbildung, also das heißt wirklich Multiplikatoren ranführen an das Thema, damit auseinandersetzen und dann natürlich dienen die dann wiederum in ihrer jeweiligen Umgebung dazu, das Thema breiter und konkreter zu fassen. Das zweite Thema, Transfer in die Öffentlichkeit hinein, also wirklich den Einzelnen in der Hochschule klar machen, was habe ich davon, was bringt mir das, was heißt denn das konkret, abgesehen von irgendwelchen langen Wortungetümen, oft vorrangig auf Englisch. Also diese Frage der Konkretisierung, der Erklärung, der Transferleistung. Und der dritte Punkt ist dann der, ein paar Kernforderungen aufzustellen in Richtung Politik, zu sagen, so jetzt wir fordern nicht 35.000 Sachen, sondern vielleicht fünf Sachen oder sieben Sachen, wo wir sagen, die Politik muss an den und jenen Stellen aktiv werden, auch das ist eine Frage von Konkretisierung. Also im Grunde ist das vielleicht, heute Morgen ist der Begriff Kooperation gefallen, Strategie, vielleicht ist der Begriff Konkretisierung und Fokussierung auch ein ganz wichtiger in dem Zusammenhang, in der Diskussion. Und ich finde, ein herzliches Dank an meine Gesprächsteilnehmer, Gesprächspartner. Ich glaube, diese Konkretisierung haben wir jetzt auch hinbekommen. Ganz herzlichen Dank. Applaus